Moin ihr Heilungen, ich hoffe euch geht's gut. Ich wollte mich mal für den ganzen Support hier auf dem Kanal bedanken in den letzten Wochen. Die Kommentare, Likes, absolut wild. Vielen Dank euch, absolut nicht selbstverständlich. Und wir haben wieder ein Gewinnspiel offen bei Instant Gaming. Wisst ihr ja, machen wir ein, zwei Mal im Monat. Von daher gerne wieder dran teilnehmen. Ihr klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dann kommt ihr hier auf diese Seite und gebt einfach da den Wunschartikel, den ihr gewinnen wollt, ein. Für die Playstation und Xbox Spieler, ihr nehmt einfach Guthaben. In meinem Fall jetzt Playstation 75 Euro, damit es auch richtig knallt. Dann drückt ihr einfach nur auf Teilnehmen und schon habt ihr teilgenommen. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Instant Gaming Account und der ist natürlich kostenlos. Lohnt sich sowieso einen zu erstellen, weil die Webseite ziemlich günstige Spiele am Start hat und auch Guthaben ist deutlich reduziert. Von daher gerne auschecken. Erster Link in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein korrektes Kommentar und ein Like da und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hut, Kuss. Auf gar keinen Fall Mitglied werden. Nur Abzocke, Digga. Volls geile Intro. Auch perfekt, dass es genau an dem Tag war, wo ich seit bestimmt zwei Jahren mal wieder einen Pickel hatte. Danke, Digga. Danke, Digga. Danke, Digga. Danke, Digga. Das Meme geht ja auch gut bei hungriger Huh rauf und runter. Fühlig feierlich, sehe ich mich drin. Weltmeisterschaft. Ich hoffe auf eine faire Partie. Weiß beginnt. Das Fug? Oh, shit! Fynn! Ah! Ah! Uh-oh, Niklas. This train is going to crash into these five people. Should we move the train to go this way? Or should we let it go that way? Which way should the train go? Das ist der kleine Manuelsen. Ich schwöre, ich f*** dich. Ich schwöre auf alles, ich werde nach Ende bringen. Wie alt bist du jetzt? Alter, 32, 33? Wisst ihr, warum der Junge alleine sitzt? Er hat jedem ein Verbot gegeben. Ich bin hier, Bruder. Ich garantiere dir jetzt, nie wieder in NRW machst du einen Auftritt. F*** deine Mutter. Ey, habt ihr einen Schluch oder was? Mohn-Meiser. Zwei Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Diverse. Es ist leider traurige... HÄ? Ich konzentriere mich jetzt so krass, okay? Relativ simpel. Da kommt nichts, Willi. Da kommt nichts. Großer, das war's. Jetzt musst du... Habs, habs, habs. Einfach und simpel. Hab ich von dir, Großer? Was ist das für eine Zitrusfrucht? HÄ? In der Haupt nehme ich die Pank. HÄ? Margarine. Das war falsch. Das war eine Mandarine. Welcome to Jurassic Park. So ein Feini, Digga. Name as the blue man. Yo, listen up. Here's a story about a little guy that lives in a blue world. Harrison has died at age 62. Hey, Annette, komm mal her. Ich möchte dir mein Kumpel SpongeBob vorstellen. Hi. Give her out. Oh. Oh, fuck, dude. Oh, fuck, dude. Fühl dich, absolut, Digga. Ah, oh mein Gott, war das unchillig gerade. Ah, Digga. Man nimmt immer zwei Lagen Klopapier, Digga. Mindestens. Oh, süß. Ehrenbruder Langrüssel. Ah, Digga. Digga, Elefanten sind schon mies süß, Digga. Ich bin so verdammter Hurenzorn. Ich komm so in die Hölle, Digga. Aber bei sowas bin ich mies schadenfroh, Digga. Was holt die Kachi auch sein Handy raus, Digga? Das ist das Problem an unserer Generation. Einfach mal den Moment genießen. Einfach mal den Moment genießen. Aber nee, direkt wieder ein Snapchat absetzen. Ein Snap. Keine Ahnung, Mann. Mit Filter wahrscheinlich. Wirklich. Den Klap hat die Kachi halt auch einfach verdient, Bruder. Einfach verdient. Und dieser Bus kann drüber fahren. Und wir sind im Budget. Er nennt sich Pixel-Wolf. Warum Pixel-Wolf? Ja, im Moment so 2015er Trend setzen, Vokale weglassen. Ist ja im Moment ganz in. Auf jeden Fall. Ja, in Minecraft ist mein Skin Wolf. Dann hab ich gedacht, ja, komm. Was heißt Skin? Geil, Digga, geil. Bruder, wisst ihr noch, Chad? Das war die fucking PS4-Version von Valhalla. Das Spiel war so verbuggt, so verglitscht. Und dieser Scheiß da, da war ich schon angesalzen an dem Abend. Und dann kam noch der Sound-Bug aus der Hölle dazu. Wirklich, die drei Schläge waren auch einfach. Dass ich da nicht andere Sachen gemacht hab, ist unglaublich. Drei Schläge auf dem Stuhl und noch zwei auf dem Tisch aus Prinzip. Mache, diese Scheißverbindungen. Can you hear me now? Wann machst du wieder die Casinos auf? Ich ko- Mache, diese Scheißverbindungen. Can you hear me now? Wann, Merkel? Okay. Wann machst du wieder die Casinos auf? Ich call jetzt schon. Ende Februar, Anfang Februar machen sie wieder Friseur auf. Weil, wie Memo es immer sagt, weil die Politiker haben lange Haare. Na, fuck. Hey, okay. Popelst du ab und an? Ja. Ich popel. Und dann ziehe ich den Popel aus meiner Nase raus. Und dann rolle ich den zu so einem kleinen Bällchen zusammen. Und nein, Chat. Nein, ich esse den nicht. Nein, nein. Ich rolle den zu so einem kleinen Bällchen zusammen. Und dann lege ich den neben mein Mauspad. Und dann warte ich, bis der getrocknet ist. Wenn der trocken ist, dann nehme ich den mit zum Einkaufen. Und dann schnipse ich den auf die Leute, die vor mir in der Einkaufsschlange stehen. Verliebt. Alle drei in einer Reihe. Der ist einfach nicht böse. Auch wenn es wahrscheinlich Scherz ist. Aber, Bruder, irgendwie dickes Bier schämpft, wenn eine Frau so redet. Also so, also so. Jetzt spricht mir nach. Ich schwöre. Ich beleidige nie wieder Ältere. Und wenn ich das mache, soll Adi meine Schwester so f***en. Soll Adi meine Schwester f***en. Ja, Adi meine Schwester f***en. Und jetzt abmarscht. Wo will ich euch haben, Jungs? Ja, ja, abmarscht. Ich muss mich zu irgendwen stellen, damit ich nicht so einsam wirke. Moin meine God of Duty Freunde. Heute nochmal um 14 Uhr ein neuer Stream. Am Stizzle vor Schizzle my Dizzle. Nee, Späßchen am Rande. Wer natürlich noch ein paar Sachen erledigen muss, wie Mittagessen. P***sen oder Hausaufgaben kommen später vorbei. Ja, die guten alten Clips von einem, ne? Die würde man gerne immer verschwinden lassen, wenn man könnte. So, fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Mensch, es gibt irgendeinen, der mich imitieren kann, Chat? Nee. Glaubt ihr, es gibt so jemanden, der mich imitiert kriegt? Da muss ich mal in einer Behindertenwerkstatt schauen. Einer wird schon dabei sein. Paxile, was meint? Was meint der? Komm, Adra, mach mal auf. Ich weiß, was er meint. Ich hab richtig die Position schon. Warum machst du das? Oh nein, ich hab ihn direkt umgebracht. Oh, der ist direkt tot, das wusste ich nicht. Stopp, stopp. Max, heb mich auf. Revidas, warum machst du das? Zieh mich hoch, Max, sonst geht das T4 hoch. Es war ein Show. Ich blick halt, das ist das Game nicht, Digga. Hat er da Teamfeuer gemacht, so? Digga, Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, Digga. Die geilsten Highlights und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss. Und Leute, Trimix hier. Das kannst du nicht ausdenken, Digga. Kanal gerne kostenlos abonnieren für die geilsten Highlights. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss. Und Leute, Trimix hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.